Was ist eure frühste Erinnerung? Ich schlafe im Bett meiner Eltern. Ich falle im Schlaf raus zwischen Bett und Wand. Ich bin allein. Es ist dunkel. Ich weiß nicht, wo ich bin. In meiner Panik pisse ich in die Hose. Vier oder fünf Jahre alt und ich frag meinen Vater, warum die Kühe auf der Wiese nebenan so laut und ununterbrochen blöken. Antwort. Weil du so eine dämliche Fresse hast. Jetzt wo ich so drüber nachdenke fasst diese Erinnerung meine Kindheit e.i.g. Perfekt zusammen, Väter die keinen Bock auf Kinder haben sind, hatte mit drei Jahren eine viel zu große knallorangefarbene Regenjacke, an die erinnere ich mich, wie ich mir zum vierten Geburtstag ein, kleines, lilanes Fahrrad mit Stützrädern, gewünscht habe. Und mein vierter Geburtstag, an dem ich dann ein kleines, blaues Fahrrad mit Stützrädern bekommen habe. Hab mich gefreut, auch wenn es nicht lila war. D. 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 D.